Wir machen weiter mit der zweiten Runde an kleinen Snacks. In der Mitte habt ihr unser Boxer-Klebeboden, danach habt ihr euer Fassbrot auf Gartenkessel und einen weiteren Vorsatz. In den flachen Schälchen vorne möchte ich dazu noch einen Olivenöl vom Gardasee. In den mittelgroßen Schälchen habt ihr zum Trinken einen Krustentiertee mit Orangenöl und Kuchenbülsen. Und in den großen Schälchen hat ihr ein Tamago mit eingelegtem Mundweiß und Sprache, einer Dashi-Winning-Kreft und einem Frühlingszügel. Ich wünsche einen guten Atet. Vielen Dank. Vielen Dank.